Aktuell machen voll viele hier ihre eigenen Wasserspender für ihr Zimmer. Und da das super leicht geht und man da einfach nur Karton für braucht, probiere ich jetzt. Denn nachdem ihr einfach drei gleich große Kartonstücke aneinandergeklebt habt und da dann wiederum einen kleinen Boden mit Loch reinklebt, haben jetzt das Gerüst und nehmen uns einfach eine Flasche, bei der wir den Deckel abmachen, nachdem wir dann nur noch ein Dach auf das Gerüst kleben und da wiederum ein Loch reinschneiden, wo ihr dann die Flasche rausschaut, klemmt ihr jetzt die Flasche rein, schneidet unten ein Loch in die Flasche, wo ihr dann den Schräumen durchsteckt und mit Heißkleber versiegelt. Nun kommt der spannende Moment, wo wir die Flasche befüllen. Ob jetzt unten Wasser rauskommt, wenn wir die Flasche aufdrehen. Ob alles hält und wie das aussieht in meinem neuen Video auf meinem Hauptkanal.